Die Comedy-Helpen auf YouTube Na, hier war heute denn der Sportunterricht. Was? Schön, dann zeig mal was du drauf hast. Schieß mal. Ist das denn wahr? Können sie nicht auf ihr Kinder aufpassen? Die Pflegel. Alter, hast du ein Problem? Meine Tochter kann ja machen, was sie will, klar? Guck mal klar auf dein Leben, ey. Weißt du was, ich hab wohl Bogen gegessen. Was hast du? Ich hab Bogen gegessen. Ja? Ja, guck mal klar, ey. Hier. Hier. So, das würde du mit Bogen. Einen. Was? Untertitelung des ZDF für funk, 2017